Huch! Uff! Zurück! Muffel ist eine Asari-Frontkämpferin. Oh, ja! Boah! Nee, Muffel ist ein Frontkämpfer, ein Drell. Echt? Ich bin eben Asari. Versteht jetzt Drell. Muffel verarscht uns, der wechselt immer hin und her. Guck dir hin, ich bin, äh... Ein... Geh... Ein Geh-Techniker. Du bist scheiße, Muffel. Ich weiß. Kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab mich entschieden. Eben gerade. Als ich mit dem Drell gespielt habe. Weißt du, was ich einfach mache? Ich mach die... Die Sound! Ich mach die Sound! Oh, die Sound ist schon leiser. Hm. Ja, gut. Dann mach ich die Sound einfach noch leiser. Noch leiser? Ja. Mach ich jetzt auf 17. 17 ist gut. Yeah. Zurück. Döm, döm. Ich bin bereit. Äh, bereit. Und ich erst. Oh, yeah! Hell yeah! Oh, Muffel... Muffel ist schon wieder eine Asari-Frontkämpferin. Oh, man. Zwei Frontkämpfer, ein Experte. Das kann witzig werden. Und du meinst eine... Du meinst natürlich eine Justi-Karin. Natürlich. Eine Justi-Karin. Ich bin gespannt, äh, was jetzt für eine Map kommt. Ich hab Angst. Und es... Oh, nein! Nicht schon wieder. Ich hasse diese Map. Wetten wir jetzt kaum noch... Welche Gegner haben wir? Severus. Gott sei Dank. Oh, vielen Dank, liebes Spiel. Oh, du bist so gnädig zu uns. Der Präsent sei das heilige Spiel. Oder so. Oh, da. Severus-Agenten. Frühstück. Sind die schon tot? Oh, einer ist noch da. Okay. Ha! In den Rücken geschossen. Das ist aber nicht sehr freundlich, Fee. Ist mir doch egal. Die schießen mir auch in den Rücken, ohne mit der Wimper zu zucken. Also, Muffel und ich würden dir nie in den Rücken schießen. Ich würde euch auch nicht in den Rücken schießen. Aber den Severus-Agenten. Den schieße ich auch in die Hüfte. BTF, was war das? B-was war was? Dieses lauter... Ey. Ha! Du hast auch so'n Brotmesser. Ach, das ist Muffel. Warte, Muffel, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja? So, komm mal her. So. Das bin ich. Und das ist Muffel. Ja. Du hast ne schwule gelbe Bananenpistole. Wir können aber auf drei auf Nahkampf drücken. Alles klar, Little hat die Bananen in der Hand und Muffel das Brotmesser. Super. Ach, ich wollte schon auf euch stürmen. Äh, nein. Hayabusa! Ey, jetzt bin ich schon wieder auf dem Desktop. Alter, was wirft mich da immer auf den Desktop? Ich könnte kotzen. Äh, Feststellfunktion, wo ich gerade sagen... Ja, aber doch nicht auf der 1. Ach, dann... Ach, dann hat's das die ganze Zeit nicht gemacht. Ja, das war jetzt schon der dritte Cut. Wir haben ja, ne? Das wird mal wieder eine Aufnahme von allerhöchster Qualität. Ich kann's schon sehen. Die Leute werden sagen, Fee, lad doch mal was Vernünftiges hoch. Immer nur diese Mass Effect Scheiße. Ich mag Mass Effect. Daran ist nichts verkehrt, meine Lieben. Toll, jetzt muss ich die Mittel auch noch verteidigen. Da hab ich gar keinen Bock zu... Da hab ich schon wieder Tetris. Nein! Oh, Little, wo läufst du hin? Ah, ich dachte, ich wär da hinten! Verdammt! Nein, ich lauf die ganze Zeit hier so lang! Und denk mir, la la la! Na, wo ist der denn? Ich mach mal eben die da oben auf dem Geländer fertig. Okay. Voll auf die Bananen. Lulululu. Und die hier oben auch im Gang. Lululu, ich hab Koronis mehr als du! Lululu! So. Fuck! Das heißt geht! Nach einem verlorenen... G-Ges-Gerät! Fee! Ich habe G-Ges gesagt, nicht G-Ges. Das böse Wort, das wir nicht sagen. G-Ges heißt... Stell dir vor! Lasst mein... Lüttel in Ruhe. Warte auf Lüttel! Danke! G-Ges! 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 Ihr verwirrt mich! Wieso verwirren wir dich? Jetzt werde ich hier von hinten gemessert, oder was? Boah, Samma! Verzeihung. Ich drück mich hier tot auf die Eins, ey! Ich hab viel war sauer. Und es passiert nix! Dafür wirst du sterben, Severus Agent. Ich sage es dir. G-Ges! G-Ges! E-Ges! Fah! Also ich muss jetzt mal was sagen. Ja. G-Ges! Ich bin besser mit der Asarius Dikane, als mit dem Grell! G-Ges! Ach wirklich?! G-Ges! G-Ges, little! G-Ges! 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 schön durch die Luft geleiten, während sie ihren letzten Atemzug tun. Ach ja, so bekommt der Tod doch etwas Ästhetisches. Das war übrigens, äh, hab ich gelesen, das wird übrigens angekreidet an den neuen Spielen, Fallout und sowas alles, dass der Tod was Ästhetisches kriegt. Naja, was ist denn mit Goethe? Goethe hat das auch schon gemacht, ja, und der wird verehrt, immer noch. Und gelesen. Bis heute. Ja, da darf auch mal so ein Spiel den Tod verherrlichen. Außerdem ist Messeffekt noch gar nicht schlimm. Ich meine, hier explodieren ein paar Köpfe, aber hallo, das ist doch bunt. Mann. Das ist wie Gierlanden. Und es ist sozialkritisch. Also man kann was lernen. Außerdem schießen wir auf die Bösen. Den Bösen darf der Kopf explodieren. Das ist in Ordnung. Nur nicht, dass Muffel gleich, ach, Little, gleich der Kopf explodiert, Mann. Oh, das meinte ich. Hallo? Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, da liegt Ludo. Oh nein, das ist schlecht. Ich meine, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag mit Messeffekt, ne? Oder nicht. Echt? Natürlich. Ja, wir sagen, die Bösen sind böse und die Guten sind gut. Okay. Außerdem regt sich in den Marvel-Comics oder so auch niemand drüber auf, wenn Green Lantern, ich hoffe, der ist jetzt von Marvel, irgendwen kaputt basht oder so. Jetzt rufen wahrscheinlich gleich alle, der ist dich von Marvel! Leute, ich kenne mich nicht aus mit Comics, ich habe keine Ahnung. Die sie... Verhöhnt mich jetzt in den Kommentaren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich... Ich gucke mir zwar die ganzen Comic-Verfilmungen an, weil ich finde die halt irgendwie cool, so Superhelden finde ich geil, aber so Comics lesen, dafür habe ich nicht so die Geduld, also nicht diese Superhelden-Comics. Ich mag sowas wie von DeviantArt, wenn da irgendjemand so einen Comic gemacht hat oder so. Das mag ich. Aber so weiß ich nicht. Wuffel? Was hat Wuffel getan? Er hat das Ding genommen. Oh nein, ich muss zu euch. Ich muss euch verteidigen. Boah, pendejo, man! Das ist schön. Ich darf einfach auf anderen Sprachen, da darf ich fluchen. Das finde ich gut. Ey, was schießt denn da auf mich? Ich wollte die Eins drücken, nicht die zwei und jetzt sterbe ich gleich. Ich weiß es. Ich wusste es. Ah, schon so viel ist am Boden. Ich bin so tot. Danke. Bitte. Ey, du Saftmensch. Gut gemacht, Muffel. Ich darf ja jetzt nicht so fluchen. Wir haben ja Zuschauer. Ein Geschütz! Ich habe nicht geflucht. Ich habe nur geschrien. Und das war jetzt ein fetter Ausschlag. Ich wette. Noch eine Mücke. Ha! Stirb! Nein, zurück zum Spiel. Mutti. Ich hasse Mücken. Ich hasse sie. Warum gibt es sie? Mehr Spinnen in meinem Zimmer. Mehr Spinnen. Fress die Mücken. Magst du Spinnen? Ja, ich mag Spinnen, weil sie Mücken und Fliegen fressen. Und Mücken und Fliegen nerven mich. Ich meine, Fliegen kann man ja noch verstehen, ja? Die sind irgendwie da, äh, um, äh, die Exkremente, von Atlanten, nein, äh, die, die Exkremente zu verwerten, ja? Aber wessen, oh Gott. Ja, habe ich gesehen. Welchen Zweck, bitte, welchen Zweck? Autsch! Haben Granaten und Werfer, Granatenwerfer, welchen Zweck haben Mücken? Blutte doch nicht so viel, Mensch, hast du deine Tage? Oh, was macht denn hier der, 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 der wird zwar flach, ne? Oh, nee. Könnt ihr denn bitte mal aufhören zu sterben, wie die Fliegen, ey? Ich komme. Lallelu, nur der Mann im Schau zu, wenn der kleine Littel stirbt, um sterbe auch zu. Nicht du, sowas darf man nicht sagen. Ich hab's dem Atlas gesagt. Jaja. Am Ende wird das Video hier ab 18 freigeschaltet. Nur wegen mir, Orts, find ich cool. Toll. Das find ich cool. Ich find das nicht cool. Feinde nähern sich. Feinde. Hier knatscht irgendwas. Braucht jemand Öl? Dann hört das Knatschen auf. Ich esse Knatschen. Eine Messerfrau. 1400 Assists hab ich gekriegt. Wahnsinn. Die Mücke hatte mich glaub ich grad schon getroffen. Autsch. Oder gegessen. Weil als ich sie zerstört hatte, hatte sie Blut in sich. Oh. Bitte. Muffel, kennst du mal bitte kurz. Was denn? Nix. Oh fuck. Äh, äh. Ich meine. Äh. Ja. Gabel. Misty Kack. Misty Kack ist auch schön. Misty Kack. Gety Kack ist auch schön. Wo geht die Kack? Ah. Feind sammelt sich. Feind sammelt sich. Feinde. Feinde. Oh ein Atlas. Das. Ich mag tote Cerberus Agenten. Ja. Was? Hä? Hä? Wer ist da gerade gestorben? Niemand. Das will ich auch meinen. Ich habe ein kleines Kreuz gesehen. Ich glaube ich habe nicht verguckt. In den Po geschossen und dabei gestorben. So lobe ich mir das. Ey du. Gabelmonster. Danke. Beim sechsten Mal Kopfschuss Treffer. Toll. Weißt du, wenn ich in den Kopf schieße, ja, dann sterben die nicht sofort. Aber wenn ich die in den Hintern schieße, ja, dann keuchen die und sind tot. Da kann doch was nicht stimmen. Hallo Muffel. Und Little läuft da hinten, macht einen kleinen Dauerlauf. Trainiert die Törtchen ab, die der Joker vorhin geklaut hat, ja. Mh. War da halt so lecker. Atlas. Du, mein Schatz, stellst hier kein Geschiss auf, ey. Und du blöde Messerfrau. Oh. Moment. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Ja? Das ist ein Atlas. Hab ich gesehen. Der ist doch hübsch. Soll ich eine Rakete verschwenden? Ähm. Ja. Au. Du, stückiges Stück, Stück. Hahaha. Hm. Ja, ja, hockladen angehalten. Oh, Mann. So, und jetzt zeige ich euch mal das geile an der, äh, Azari, ist die Karin. Ja? Dr. 1. Und ihr seht, wir sind geschützt durch ein Schutzschild. Yeah. Ja, das ist cool. Weil so kann ich mich erholen. Und dann raus. Aus der Deckung. Hoch das Englisch. Und dann sterben, wenn ich nicht aufpasse. Boah, warum muss die Taste fürs Sprinten und Wegspringen auch gleichzeitig die Taste fürs Ducken sein? Ups, Granate. Naja, hab ich gesehen. Naja, mi, mi, mi. Sackiger Sack, ey. Hinter mir ist noch ein Cerberus Agent, ich weiß. Bevor die Zuschauer jetzt sagen, bye, 20 Minuten noch, was war ein Cerberus Agent hinter dir? Du hast da Kohle übersehen. Was hast du übersehen? Du hast da Kohle übersehen. Ja? Hahaha. So, ich wollte grad sagen. Ey, warum kriege ich hier eigentlich aufs Maul? Das ist doch gemein. Ja, genau. Du bist halt der Frauenkämpfer. Das sieht eine komische, das ist eine komische Pose, was die beiden wohl gemacht haben, bevor sie gestorben sind. Oh. Ich muss die Welt retten. Als Schmetterling. Oh, wie romantisch. Hand in Hand bis zum Ende der Welt. Ähm, ähm, kämpfen meine ich, ähm, kämpfen. Mit dies. Ja, mir geht's euch so, ich leh hier mal rum. Diese Mütze. Ach, da steht ja einer. Die gehen mir auf die Nerven. Ups. Bisschen kopflos heute, ne? Was kopflos? Ja, ich hab den in den Kopf abgeschossen. Sowas darf man doch nicht sagen. Obwohl sagen dürfen wir das, nur zeigen nicht, ne? Da kommt da ein riesengroßer Zensilball drüber, wenn das einmal gezeigt wird. Mhm. Oh klar, ein abgeschlossen. Ich weiß jetzt, glaube ich, warum Dragon Age Origins ab 18 ist. Oder Dragon Age. Und Mass Effect ab 16. Wow. Weil, obwohl, ne, das stimmt nicht. Obwohl, ich wollte gerade sagen, weil man in, äh, in Dragon Age Origin, äh, eine Beziehung zu einem Elfen anfangen kann. Aber hier kann man eine Beziehung zu einem Alien anfangen. Hm. Wow, welch ein Unterschied. Obwohl, hallo, ganz ehrlich, ja, der, die Diskrepanzen zwischen Elfen und Menschen sind viel älter als die Diskrepanzen zwischen Aliens und Menschen, ja? Das stimmt wiederum. Ja. Wenn man das literarisch betrachtet, genug von Literaturunterricht. Das war literarisch. Mehr Gewalt, das wollen unsere Zuschauer sehen. Komm, zack. Mach ich. Mach ich. ich rette euch mit einem kopfschuss der nicht gelingt ich gehe mal außenrum ich hab dem atlas in die kochon ist geschossen das hat nichts gebracht aber ein mit dem schild toll ich wollte den mann mit dem schild nicht ohne ich liebe dieses spiel du du typi du steckst nicht hier oder was du stirbst jetzt wie kannst du es wagen mann ist doch mein kopfschuss wie kriege ich einen kopf sind vielleicht noch abzuhälstet na toll und ich kann ich das auch seit wann haben die dinger denn schilde schon immer nein ich meine diese was ist diese luftblase da drumherum hast du das ist muss stase ach so ich dachte schon die haben jetzt doch so schutzschilder die nazis nirgendwo gibt's arbeit für mich dann setze ich mich jetzt hier im schneidersitz hin das gibt bestnoten fürs team ich meine ich bitte dich 16.000 noch was ich habe am wenigsten schaden gemacht nicht am meisten toll